Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Rau. Ich bin Produktmanager und Architektenberater bei Karl Pichler. Ihr Unternehmen Egger und Karl Pichler verbindet eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft. Heute schauen wir gemeinsam in die neue Kollektion Dekorativ24 Plus von Egger. Zusammen mit Dominik Kästner laden wir Sie zu einer Tour durch die wichtigsten Neuigkeiten der Kollektion ein und wir stellen Ihnen digitale Tools vor, die Sie beim Arbeiten mit der Kollektion unterstützen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem kompakten Überblick. Zur Einstimmung starten wir gemeinsam mit einem Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben bewusst auch das digitale Format gewählt, da dieses Ihnen erlaubt, sich selbstständig bedarfsorientiert und zu jeder Zeit zu informieren. Natürlich soll dieses Format nicht den individuellen gemeinsamen Beratungstermin ersetzen. Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen zu betonen, dass Ihnen das Team von Karl Pichler jederzeit gerne bei Fragen zu den Produkten und deren Anwendung zur Verfügung steht. Die Einführung einer neuen Kollektion wirft viele Fragen auf. Was ist neu im Portfolio von Ecker? Wie wurden die Farbtrenns umgesetzt? Gibt es neue Strukturen? Und viele mehr. Wie Sie sehen, begrüßen wir Sie aus dem Ecker-Schauraum in St. Johann in Tirol und stehen hier vor einem Schlüsselelement, der Capsule, übersetzt die Kapsel. Dieses Kommunikationstool wird uns über die Laufzeit der Kollektion mit hilfreichen Informationen aus dem Bereich Inspiration und Technik begleiten. Inspirierende Raumsituationen mit der Kombination von stimmigen Farben, aber auch interessante technische Weiterentwicklungen werden Ihnen in dieser Form präsentiert. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und diese Geschwindigkeit nehmen wir bei Ecker auf und setzen sie in Form von Neuentwicklungen um. Das neue, rollierende Zwei-Jahres-Konzept erlaubt uns, technische Weiterentwicklungen und Trends bewusst aufzunehmen und konsequent in der bekannten Ecker-Qualität Ihnen zur Verfügung zu stellen. Aber keine Sorge, dies bedeutet nicht, dass wir alle zwei Jahre die Dekor-Verfügbarkeit ändern werden. Speziell im Objekt und mit den damit verbundenen Laufzeiten spielt die Materialverfügbarkeit eine rudimentäre Rolle. Aus diesem Grund ist die Materialverfügbarkeit für vier Jahre gewährleistet. In den folgenden Videos stellen wir Ihnen drei Themenbereiche anhand von konkreten Beispielen vor. Im ersten Video geht es um das Thema Trends und Dekore. Anschließend schauen wir uns das Kollektionstool genauer an und im letzten Teil gehen wir auf die Nachhaltigkeitsstrategie bei Ecker ein. Unser Trendscouting hat folgende vier zukünftig noch wichtigere Schlüsselbereiche aufgezeigt. Lebensqualität, Sorgfalt, Kontinuität und Flexibilität. Ich möchte mir mit Ihnen gemeinsam den Schlüsselbereich Lebensqualität mit dem Thema des selektiven Konsums genauer ansehen. Dieser gezielte Konsum wiegt laufend das Verhältnis Preis-Leistung ab. In anderen Worten, der Kunde prüft die Kaufentscheidung sehr gezielt und wünscht hochwertige Produkte zu leistbaren Reisen. Unser Portfolio der Lack-veredelten Premium-Produkte erfüllt einerseits mit seiner hochwertigen Optik die ästhetischen Aspekte, gleichzeitig den Bedarf der moderaten Preisgestaltung. Wie wir gemeinsam sehr gut anhand des Dekors Halifax Eiche Braun im Finish mit der Texture-Matte Struktur 37 erkennen können, wird ein sehr natürliches Erscheinungsbild mit dem vom Echtholz bekannten Charakteristika erreicht. Die Perfektienzdekore sind nur mehr sehr schwer optisch von lackierten Echtholz-Oberflächen zu unterscheiden. Haptisch ist de facto kein Unterschied mehr, da die Oberflächenwärme durch den strapazierfähigen Lackaufbau gegeben ist. Zusätzlich sorgt die bei Äcker im Haus produzierte Kunststoffkante für den perfekten Abschluss. Unsere Kunststoffkanten sind tonal aufs jeweilige Dekor abgestimmt, werden mit identen Glanzgrad und mit der jeweiligen Oberflächenstruktur gefertigt. Neben den neuen Holz-, Stein- und Fantasiedekorentwicklungen haben wir bei Äcker eine umfangreiche Unifarppalette im Dekorverbund. Der Äcker Dekorverbund bedeutet, dass Sie sich sicher sein können, dass das von Ihnen gewählte Dekor in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz kommen kann. In der Praxis bedeutet das, wenn das Farbkonzept definiert ist, stehen Produkte für die horizontale wie auch für die vertikale Anwendung zur Verfügung. Weiters schließt dieser Verbund auch Produkte mit erhöhten technischen Anforderungen ein. Im Brandschutzbereich haben wir ebenfalls die passenden Produkte in der von Ihnen gewählten Optik. Die neue Kollektion ist ab dem 1. Februar 2024 offiziell verfügbar und Sie erhalten selbstverständlich ein Kollektionstool, zu dem Ihnen Dominik erst einen kurzen Überblick geben möchte. Unser Tool wurde aufgrund der Erfahrungen und Rückmeldungen vom Markt weiterentwickelt. Die Kommunikation zwischen Planer und Architekten und Produzenten, Tischler wurde vereinfacht, da es nur mehr ein Kollektionstool zukünftig gibt. Die Anordnung der Dekore wurde bewusst in Farbgruppen gestaltet und bietet so einen guten Überblick und soll ein Suchen auf ein Minimum reduzieren. Speziell bei Holz- und Materialdekoren stellt der Verlauf des Dekores in der Platte ein wichtiges Entscheidungskriterium dar. Deshalb wurde auf der Rückseite des Klappteils für jedes Dekor ein größerer Dekorausschnitt aufgedruckt. Je nach Arbeitsweise kann die Kollektion durchgeblättert oder auch komplett aufgeklappt werden. Dies ermöglicht einen Gesamtüberblick bei der Konzeptentwicklung. Im Planungsbereich wird immer wieder gerne ein Unifarbton mit der Referenz auf RAL oder NCS basierend bei uns angefragt oder auch definiert. Hierzu haben wir bei ECKER reagiert und die Qualität der Farbgleichheit nach einem standardisierten Prozedere zusätzlich bewertet. Ein Stern neben der RAL oder NCS Angabe bedeutet, dass eine annähernde Farbgleichheit gegeben ist. Im Gegensatz zu 5 Sternen, bei der die Beurteilung einer sehr guten Farbgleichheit entspricht. Wir hoffen, diese zusätzliche Angabe kann Sie noch gezielter bei der Materialauswahl unterstützen. Neben dem Kollektionstool haben wir auch unsere digitale Kollektion weiterentwickelt, welche Ihnen als App kostenlos im Apple oder Android Store zur Verfügung steht. Die digitale Vernetzung von analogen Tool ist über den Scan eines QR-Codes im Tool möglich. Sie erhalten auf diesem Weg detailliertere Infos zum jeweiligen Thema. Abschließend noch einige Zahlen zur neuen Kollektion. Gesamt sind mehr als 300 Dekor-Strukturkombinationen in der neuen Kollektion enthalten, davon über 200 im Materialverbund. Das Portfolio der Perfect Sense Produkte wurde um 19 Neuheiten erweitert und auf eine Gesamtzahl von 32 Dekor-Strukturkombinationen erhöht. Wie bereits erwähnt, sind alle Dekore mindestens vier Jahre verfügbar. Lassen Sie uns gemeinsam den nächsten Punkt, die Nachhaltigkeitsleistung von Ecker, betrachten. Ecker übernimmt Verantwortung sowohl für seine Produkte, die eigene Produktion als auch für die Gesellschaft und handelt ausgerichtet auf zukünftige Generationen. Zu diesem Statement möchte ich mir gemeinsam mit Ihnen unsere Umweltstrategie ansehen. Konkret möchte ich die fünf Schwerpunkte aus dem Bereich der Produkte herausheben, die wir durch selbsterklärende Piktogramme transparent erklären. Beginnen möchte ich mit der Recyclingfähigkeit. Aus dem Rohstoffeinsatz des ersten Möbels können mindestens viermal wieder neue und hochwertige Möbel gefertigt werden. Der Holzeinsatz vom vierten Möbel enthält noch immer mehr als 50 Prozent des Holzeinsatzes vom ersten Möbel. Rohstoffe können so im Kreislauf gehalten werden. Als zweiten Punkt möchte ich den CO2-Fußabdruck erläutern. Dieser wird nicht nur durch den nachwachsenden Rohstoff Holz, sondern ganz gezielt durch laufende Investitionen in die Produktionsstandorte verringert. Diese Bemühungen von uns wirken sich positiv auf die Produkt- und auch Gebäudebilanz aus. Als dritten Punkt möchte ich Ihnen einen Einblick in die Kreislaufwirtschaft geben. Wird das Holz, wie in unserem Fall in der sogenannten Kaskadennutzung, verwendet, bindet dies bereits verwendete Rohstoffe in neuen Produkten. Es werden somit frische Ressourcen geschont. Wir verwenden Material aus nachwachsenden Ressourcen. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass mehr Holz nachwächst, als im Bau- und Möbelbereich verantwortungsvoll genutzt wird. Dies ist ein Beitrag zur Bioökonomie, in anderen Worten ein Beitrag zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem. Als letzten Punkt möchte ich die Holzherkunft erwähnen. Das von Ecker verwendete Holz kommt aus verifizierten und zertifizierten Wäldern. Der Nachweis der Holzherkunft wird seit Jahrzehnten geführt und ist bei Ecker einsehbar. Wir setzen uns für nachhaltige Waldwirtschaft und durchgängige Kontrolle der Lieferketten ein. Als transparentes Unternehmen stehen Ihnen jederzeit genauere Informationen auf unserer Homepage als auch in unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Verfügung. Wir bekennen uns zur Net Zero Klimaneutralität bis 2050. Diese beinhaltet CO2-neutrale Rohstoffe, Energie und Produktion. Wir haben Ihnen nun einen Überblick zur neuen Kollektion Dekorativ24 Plus gegeben. Wir haben uns gemeinsam Themen wie die relevanten Trends, die Verlinkung der analogen zur digitalen Kollektion und auch die Nachhaltigkeitsbemühungen von Ecker angesehen. Mit Karl Bichler und Ecker als Ihr Partner treffen Sie eine verantwortungsbewusste Wahl und haben die richtigen Lösungen für zukünftige Herausforderungen. Nutzen Sie unseren Beratungsservice und kontaktieren Sie uns gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen viele spannende und erfolgreiche Projekte.